Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Phase 1 von 3, epische Herausforderung. Woche 3, Fortnite 2, Season 7 und wir müssen es unter die Top 10 schaffen. Damit wäre der Auftrag unter die letzten 10 zu kommen erledigt. Ich sage danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.